Servus Leute, wir kommen... Dahinten brennt direkt mal ein Ork ab, was... 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 okay... alles klar, so... Servus Leute, wir kommen zurück zum Let's Play Mittel Erde Mordor's Schatten... ...mit mir, dem Shepard oder auch Himmelsdor, wie ihr wollt... ...oder beiden Namen bekannt... ...und wir haben schon das nächste Ziel... ...und zwar dahinten... ...haben die mich gesehen? Ich hab gehört, ein schwarzer Hauptmann hat 50 Sklavensteine umgebunden und sie in den Fluss geworfen... ...wie tief war das Wasser? Der Sklavenmeister erlöst die Gefangenen zu schnell von ihrem Leiden... ...er sollte ihn... Ich will die Informationen haben, nicht töten... ...und da sagst du dich nicht! Gehen wir erstmal die erste Reihe durch... ...Ich hoffe, man hört das jetzt nicht auf der Aufnahme, weil... ...direkt vor meinem Haus ist gerade eine Baustelle... ...ich hoffe, das hört man jetzt echt nicht... ...wenn nicht, wär das nämlich ein bisschen Scheiße... ...warte, ich rieche etwas... ...hast nichts gesehen, nichts gehört, nicht gerochen... ...alter, warum machen die jetzt so ein paar Lava, ey? Das gibt's doch nicht... ...oder, wie viel sind's denn hier jetzt auf einmal, ey? Guck da mal die Karte an, ey? Ich glaub, ich verpiss mich hier einfach, hier gibt's noch mehr Informationen... ...was eignet sich besser zum Folter... ...äh, hier kann man die Karte angucken, ey? Guck mal, hier gibt's noch Informationen... ...was ist das? Ich glaub, hier gab es einen Mord! Ach, halt doch, die Klappe! Schnappschau! Das muss ich nicht gesehen... ...äh... ...das hier... ...oh ne, ich wollt' Informationen... ...was macht denn der? Da komm, stell ihn ab! Ach so, ich muss auf X drücken, um mir abzustechen, okay... ...so... ...wo gibt's hier Informationen? Wo? 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 Entweder doch oben! Okay... ...ich war doch grad da oben... ...klack... 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 ...ach hier, oder was? Ja, guck mal, dort hat's auch... ...äh... ...ja, das soll's nicht auf dem Tisch steigen, soll's Informationen lesen... ...Boah, der hat so lange in die Wodkaflasche geguckt, hätte... ...ah, alles klar... ...ähm... ...wo sinken die ganzen Ohren... ...woah... ...ach du... ...Scheiiiiße... Was hältst du von unserem neuen Anführer? ...äh... ...Hilfe? Was? Ich bin kein Abschaum... ...Ihr seid Abschaum... ...oh, sammeln mir das mal auf... ...fünfzig Pellono... ...okay... ... ...Klarla! ... ...Diese Männer sind keine Soldaten... ...Sie sind nicht bereit zu sterben... ...alles Lebendige muss sterben... ...nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht... ...schwitzen schon! Warum kommt er nicht einfach raus? Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Oh, er ist hier! Ich kann ihn riechen! Hey, da ist doch noch was auf den Pfeilen, dann! ...und er überlegt, was er als nächstes tut! Oh, oh! Ähm... ...Hilfe! Kann man da reingehen? Wer? Ja? Nein! Der ist zu dumm, um irgendwem etwas zu nützen! Irgendwann geschossen... ...was ist das? Gesundheit! Oh! Ansehen! Ach, da holt man sich Gesundheit her! Also, okay... ...dieser komischen Pilzköpfe auf der Karte ist Gesundheit! Was ist das Grüne da? Das ist auch Gesundheit! Jupp! Okay! So, jetzt gehen wir... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ih, ne Spinne! Kann ich den da töten, ohne gesehen zu... Oh, oh! Da hab ich gesehen! Jupp! Ich will mal schnell da hoch! Ich will mal schnell da hoch! Halt! Ich habe etwas gesehen! Hast nicht! Sag ich doch! Ist doch noch irgendwo eigentlich... Habt ihr das gehört? Was willst denn du? Komm, ich mach mal mal einen offenen Kampf kaputt, hä? Bereit zu sterben! Okay, die ist anscheinend eine Nebenmission... Die mach ich mal gerade! Die mach ich mal gerade! Warum nicht? Drei Minuten! Ach du Scheiße. Ich hätte keine Chance, doch ich habe ihn geschlagen. Danke. Was? Ach du. Okay. Ist der doof? Direkt neben sich wird sein Partner abgestochen und er merkt es nicht. Danke. So, ich soll hier anscheinend... Unlocken? Was war das für ein Geräusch? Ich habe gar nichts gehört. Und töte. Yeah. Den ganzen Tag tun wir nichts als Sklaven zu foltern. Ich brauche das nicht wert. Wieviel muss ich... Zehn. Super. Das hört sich nicht gut an! Mann, der hätte mich fast gesehen. Wenn diese winzige Kreatur er auslässt, versteck sie in die Höhe gekommen. Alter. Da geht er noch offensichtlicher hier auf. Der hier gefällt mir aber nicht. Schleichen, 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 schleichen. Wer von euch tut? Oh, ich bin gut! Oder beziehungsweise meine Figur. Wenn du die Breitheute genug ersteckst, roten sie sich alle zusammen. So viel Tod ist ein... Freiheit! Ach, die spawnen immer wieder! Das ist ja bescheuert. Ah, da hinten ist einer. Der kommt mir gut. Ist weit weg von allen anderen. Gut, knapp! Yeah! 400 XP! Geil. So. Das war also ne Nebenmission. Schalter hin. Okay. Was ist hier? Oh, Gesundheit. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Jetzt habe ich aber keinen Bock, jetzt gehe ich mal zur Hauptmission. Warte mal, was ist denn das da? Der Bubi, komm mal her! Moment! Ich rieche etwa! Das ist doof, Alter. Der da oben schließe sich nicht so weg. Unglaublich! Dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns! Okay. Jetzt kann ich wieder gehen. Lalala. Da rumlaufen zwei. Wo ist denn das da? Ein kaputter Turm. Okay. Ein kaputter Turm. Oh, das sind noch mal viele. Äh, nö. Da gehe ich nicht lang. Nö, nö. Nö, 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 nö. Nö. Das sind mir dann doch ein paar zu viel. Da oben steht einer mit dem Bogen. Nö, nö. Kann ich mich da nicht nehmen? Doch, da kann ich mich vorbeischleißen. Nö, da ist nochmal so ein Symbol auf der Karte. Hier ist ein Symbol. Ist aber nix. Fähigkeit. Ah, hier. Yeah. Okay. Ich bin mal gespannt, was ich da nachher kriege, wenn ich überhaupt was kriege. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil Galat auf den Hängen des Urodruhen starb. Das Feuer sah uns verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Die Dunkelheit. So, wir haben kurz ein paar Sklaven befreit. Jo, fall doch nicht hin, mein Freund. Äh, ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Hallo? Ah, jetzt. Ah, das ist ein Elbengeschoss, das will ich. Ah, vier Stück hab ich. Okay, alles klar. Äh, warte mal. Wo renn ich denn hin? Was sind das hier? Der Verfolger? Was ist das? Ah, okay. Was sind das hier? Äh, Hilfe. Mit all seinen Tricks hätte der Waldläufer wohl für was für Sonderes. Beim nächsten Mal werde ich nicht mehr so gnädig sein. Ja, ich halte mich für etwas Besonderes. Besser wie Urux und Orcs. Oder was es denn immer noch von euch gibt. Unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Da hängt nicht der Turm. Du hast dich irgendwo gemeinsam mit den ganzen anderen Maden verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je hatten. Hey, beruhige dich mal. Wenn ihr das zu hören bekommt, schickt ihr die Henker bei uns vorbei. Ach, da oben ist der. Ist ja fies. Komm mal her. Habt ihr das gehört? Komm mal her. Das wird ein leichtes. Ja. Hat das irgendeine Mitwirkung? Ach, guck mal da. Ich kann doch irgendwas aufsammeln. Okay. Iiii. Und das hat er aufgesammelt? Ist ja widerlich. Was will denn da mit nem toten Vogel? Okay. Äh, ja. Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Jetzt hab ich da richtig Arsch gerade hier. Alter, hier sind überall. Uuuuh. Ich verpiss mich mal hier. Tschüss. Manala, manala. Eh, Gesundheit. Weil ich glaube, ich hab ein Leben voll, weil ich hab hier nix abgezogen bekommen. Ach, was weiß ich. Kann ich das wie nicht? Ja, kann ich. Geil. Ich hab gehört, dass die Ors Angst vor den Karagor haben. Hinsgliche kleine Kinder alle sammeln. Seid nicht zu erinnern. Einer von ihnen kann es mit den drei starksten Ors aufkommen. Wir sind Karagor. Ich glaube, Karagor sind irgendwelche Viecher in Mittelerde. Keine Ahnung. Der ist wieder ein Schütze. Ha! Diese dummen Tags haben Angst vor der Dunkelheit. Oh, fuck. Lalalalalalalala. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Wir hätten vielleicht mehr gefunden, wenn sich die Karagor nicht an meinen Bleichhäuten zu schaffen gemacht hätten. Da ist der Turm. Yeeeey. Oho. Oho. Ich hab nur gesehen. Also irgendwas bemerkt hat er gesehen noch nicht. Und jetzt? Er will. Okay. Wie Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Oh. Das ist gut. Dunkelheit vertreiben ist gut. Das ist gut. Was kann ich jetzt mit dem Turm machen? Hm? Ui, so. Ist mal schlecht. Was ist denn das da für ein Symbol jetzt auf der Karte? 50 Belohnungen. Und tschüss. Ah, da oben. Entschnittet der Tageslicht mehr Mut. Man muss sich vor ihrer Argelist hüten. Ganz oben auf dem Dach. Oder wie oder was. Oh, was ist denn das? Eine Leiche! Einer von uns! Was? Okay. Was ist das? RB. Und jetzt auf Deutsch? Daneben nicht auf Deutsch. Was ist denn das für ein Fein? Das ist die Tildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Bald genug zu kämpfen haben. Und was ist jetzt bitteschön dieser Pfeil da unten? Ne, das Springen ist geil. Pfeil, ich glaub da geh ich mal hin. Bestimm ne Nebenmission. Jep. Was ist jetzt los? 15 Uhr. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch so ein schlechter Schütze. Äh, Hilfe. Ne, komm doch hier unten. Ganz recht sicher vor euch. Aua! Was war das jetzt? Ähm. Nein! Scheiße, bin ich so schlecht. Aua, Hilfe. Ey, guck, wir sehen uns wieder da. Ich mach grad noch mal. Kannst du einfach nur draufhalten, Alter? Okay, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Kannst du einfach nur draufhalten? Die schlafen ja eh noch alle am Anfang. Ah, ich brauch nicht mal ne Kopf zu trocken. Ey, abgeschlossen. Wow, 400. Nicht schlecht. Und jetzt muss ich den Rest auch noch abnetzen, bitte. Okay, die hauen alle ab. Ja, komm, haut alle ab. Hey, kleine Gäste. Ne, sind doch keine geschossen mehr. Entschuldigung, meine Pfeile. So, wenn ich jetzt hier schon auf die Uhr gucke, dann sehe ich wieder, dass wieder Zeit ist, zu sagen, auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich hoffe, ihr werdet beim nächsten Mal auch wieder zuschauen, wenn ich wieder hier Let's Play Middle-Erdem Mordos Schatten spiele. Was ist, was für Gerüchte? Ey, red mir nicht mehr eine Abmoderation. So. Also, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Tschau.